Ein Ofenrohr, aber mit dem Kessel kann ich nix machen. Okay. Den Blasebalg ins Ofenrohr. Blasebalg aus dem Fenster. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier für einen Plan habe. Es ist einfach mal ein bisschen rumprobieren. Weil wir weiterkommen müssen, weil wir hier raus müssen. Wie bitte? Keinen Bedarf, aber man kann es sich merken. Okay, Try and Error funktioniert. Aber was mache ich denn jetzt mit dieser Glut? Hier unter die Tür? Aus dem Fenster raus. Um dann die Bude abzufackeln. Bude abfackeln? Das ist nichts für die rostige alte Schaufel. Mit glühenden Kohlen wohlgemerkt. Rotbüchse hier, die alten Aktenschränke. Das ist nichts für die rostige alte Schaufel. Ne, 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 ne. Probier es doch erst mal, Madl. Gut, was haben wir denn noch für ein bisschen? Ein Flugblatt? Warte mal, eine Satteldecke? Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Ich traue mich nicht zu fragen, aber... Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Tut mir leid, Fröderick, dass ich es überhaupt erst erwähnt habe. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Na gut, aber Fröderick vielleicht ein bisschen mit dem Blasebike aufblasen. Die beiden Sachen lassen sich nicht kombinieren. Und Fröderick auch in die Satteldecke einwickeln funktioniert nicht. Okay. Ich habe absolut keinen Plan, was wir hier machen müssen. Was bringt das jetzt, dass wir das so angehoben haben? Kann ich jetzt Fröderick darunter durchstecken? Ne. Damit kann ich Fröderick nicht benutzen. Aber vielleicht durchs Fenster. Fröderick, schlängel dich doch mal durch und hol den Schlüssel. Leider war die Ausbeute an Maden, Milben, Läusen und Käfern dieses Jahr so groß, dass ich zugenommen habe. Jetzt passe ich da mit Sicherheit nicht mehr durch. Tut mir leid, Baby. Okay, wäre auch die Frage gewesen, ob er in der Lage gewesen wäre, Schraudi den Schlüssel abzunehmen. Das halte ich nämlich noch für ein Gerücht. Ich meine, wie so eine einzelne kleine Fledermaus gegen einen Schattengeister vor sich hinkämpfen. Gut, ähm... So ein Ärger. Aus irgendeinem Grund klappt es absolut nicht. Hm. Na gut, was können wir denn noch machen? Die Brotwüchse? Das ist nichts für die rostige alte Schaufel. Äh, mit Brennofen oder ins Ofenrohr? Das ist nichts für die rostige alte Schaufel. Das ist nichts für die rostige alte Schaufel. Na, da haben wir es auch hergeholt. Mit Holzstapel. Die Schaufel. Mit glühenden Kohlen. Eine heiße Schaufel. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Spalt direkt, den wir auswählen können? Dazu gibt es keine Veranlassung. Hm. Da gibt es eigentlich ganz viel Veranlassung. Tür und Fenster. Mehr haben wir nicht. Dann die Satteldecke vielleicht? Warte mal. Das klappt nicht. Aber das würde nur funktionieren. Na klar, wenn du es drunter durchschiebst. Gut, aber die Satteldecke müssten wir auch erst holen. Die haben wir ja aktuell nicht dabei. Hm. Wenn der Schlüssel auf der anderen Seite stecken würde, dann könnte man vielleicht den Schlüssel aus dem Schlüssel noch rauspupseln, während man die Decke drunter durchschiebt. Verstehst du also eigentlich diese klassische Aktion, um irgendwo den Schlüssel rauszukriegen? Hm. Was können wir noch machen? Warte mal. Wir haben Parfüm. Parfüm ist doch sowas wie Alkohol, oder? Oh ja. Sie beschwert sich nicht gleich. Haha. Randale. Feuer. Brennen. Stichflamme. Schau nur, Frederik. Jetzt tost das Feuer. Haha. Hohohoho. Wasser. Wofür brauche ich Wasser? Ich wollte die Bude abfackeln. Was hat mir das jetzt gebracht? Nochmal. Nochmal. Tut mir leid, Frederik. Das Parfüm ist verbraucht. Schade. Und jetzt? Moment, wir können noch mal durchs Fenster gucken. Vielleicht sagt sie jetzt ja auch, was wir brauchen. Ich bin gespannt. Frederik, schau mal. Die geschmolzenen Eiszapfen haben sich als Wasser im Becken gesammelt. Schon, aber danach ist das Wasser wieder gefroren. Na super. Hm. Und jetzt? Vielleicht hier durchs Fenster? Wenn ich das Becken umkippe, wird das Eis zumindest schon einmal vor der Tür liegen. Baum fällt! Hurra! Es funktioniert! Was hat funktioniert? Was? 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 Damit kann ich den Blasebalg nicht benutzen. Damit kann ich den Blasebalg nicht benutzen. Was haben wir jetzt gemacht? Das umgekippte Wasserbecken. Darunter liegen zerbrochene Eisstücke. Wie? Was? Wie haben wir es jetzt mit der Schaufel geschafft, das Becken umzuschubsen? Wie konnten wir jetzt um die Ecke fuchteln? Äh, äh, wer ist das? So ein Ärger. Aus irgendeinem Grund klappt es absolut nicht. Ich verstehe nicht, warum wir... Was ist hier los? Ich habe offiziell den Überblick verloren. Kann ich das noch ein bisschen anheizen? Das wird nichts bringen. Tut mir leid. Hm. Die Satteldecke da reinschmeißen bringt auch nichts. Äh. Tür? Wieso funktioniert das jetzt? Und dann? Dann haben wir Wasser in der Bude. Dann haben wir Wasser in der Bude. Und nun? Ach so. Wir löschen natürlich doch den Ofen, weil jetzt können wir damit Wasser aufsaugen. Aha. Jetzt habe ich das Prinzip verstanden. Ein Blasebike voll Wasser könnte noch nützlich sein. Ich merke es mir. Aber auch die... Die Logik jetzt dahinter. Sie ist ja so eingesperrt. Wieso will sie sich das alles merken? Sie könnte das gleich eins zu eins umsetzen. Aber naja. Ich werde hier mal Wasser hineinfühlen. Der Blasebike. Man bläst nicht mehr ohne. Ich mache keinen Witz jetzt über Blasen. Der Blasebike ist besser als jeder Nasssauger. Und damit ist das Feuer aus. Hurray! Wir haben wohl einen Ausweg gefunden. Jetzt nichts wie raus, ehe Shroudi uns wieder heimsucht. Gut. Dann... Tschüssikowski, Friedhofsbüro. Hallo, Monas Grab. Gut, ich hoffe, die weiß jetzt... Roderick, wir haben's geschafft. Wir sind Shroudis Falle entkommen. Und wir haben erfolgreich die Lage deines Grabes bestimmt. Komm, jetzt holen wir uns ein bisschen Erde. Wir haben zwar kein Pferd, aber die kurze Strecke werde ich den Wagen schon ziehen können. Deine übermenschliche untote Kraft ist ziemlich nützlich. Siehst du, hat doch auch seine Vorteile so als Vampir. Glaub mir, es ist schlimm genug. Und da ich nun mal einer bin, sollten wir jetzt Erde aus meinem Grab holen. Wenn ich meinen Sarg nicht damit auslege, überlebe ich die Nacht nicht. Würde es dir helfen, wenn ich Hossa rufe, während du ziehst? Würdest du noch fliegen können, wenn ich dir die Schwingen ausrupfe? Ich schätze, die Antwort auf beide Fragen ist negativ. Jedenfalls sollten wir ein paar Kästen mitnehmen und ein Grabheim suchen. Wir müssen noch ein bisschen graben. Cool. Mona, habe ich nicht gesagt, dass wir noch etwas graben müssen? Ich würde dir gern helfen. Ganz ehrlich, aber du machst das so gut. Ich würde dir nur in die Quere kommen, glaub mir. Ich weiß nicht genau, wie viel Dreck wir brauchen, aber ich habe schon eine volle Kiste in den Wagen geschafft. Tja, das dürfte... Nein, du wirst mir niemals entkommen. Was war das denn? Ich habe ein schwer ungutes Gefühl. Shroudi! Ich habe dein kostbares, schwarzes Tuch. Und ich weiß, dass es in der ganzen Stadt kein weiteres gibt. Und wenn du die Grabsteine nicht bedecken kannst, gelingt es dir nie, den Wagen hier herauszuziehen. Ich gebe es ungern zu, Mona. Aber er hat recht. Hey, alter Geisterkumpel. Ich dachte, du liebst sie. Aber wenn sie ihren Grabdreck nicht irgendwie vor Sonnenaufgang in den Sarg bekommt, stirbt sie. Wenn ich sie nicht haben kann, soll sie niemand haben. Ich bin lieber auf ewig tot, als lebendig auch nur eine weitere Sekunde in deiner Nähe zu sein. Dein Wunsch ist mir Befehl. Leb wohl, meine Geliebte. Wir sehen uns im Jenseits. Mona, wir beide haben sowas wie ein Problem. Ich bin nicht stark genug, um den Wagen herauszuziehen. Und du kannst es nicht so lange... Nicht so lange... ...die Grabsteine freistehen. Mona, habe ich nicht gesagt, dass wir noch etwas graben müssen? Okay, schon wieder. Ich weiß nicht, warum die Sequenzen sich immer doppelt abspielen wollen. Keine Ahnung, aber... Gut, wir sind ein bisschen am Arsch. Wie können wir das jetzt machen? Nehmen wir die Laterne mit? Wir dürfen unser einsames Leuchtfeuer der Hoffnung an diesem düsteren, verlorenen Ort nicht stören. Außerdem ist sie heißer als die Hölle, weil ich zu viel Kerosin hineingegeben habe. Kerosin? Also eine Öllampe quasi. Monasgraberde. Na gut, die können wir zumindest mal nehmen. Und dahinter steht ein Kreuz. Kommen wir da lang? Ich sollte ihn wahrscheinlich mitnehmen, aber... Nö. Wie? Äh... Hier ist der Wagen. Wir sollen das doch da draufstellen, oder nicht? Oder haben wir da schon jetzt eine Kiste drauf? Ist die voll? Reicht das? Der Wagen mit Kartons voll Erde aus meinem Grab. Okay. Was machen wir denn jetzt? Äh, kann Frederik... Warte mal! Ist das nicht jetzt... Geht's doch bergab, oder nicht? Also, erst bergab ein Stück hin und dann wieder bergauf. Frederik, wir brauchen dich. Frederik, traust du dir zu, den Wagen zu steuern? Du kennst mich doch. Was Neues probiere ich immer gerne aus. Sag einfach Bescheid, wie nicht die Karre steuern soll. Ja, äh, jetzt idealerweise. Ein Grabstein des Schnitters? Hier ist noch ein Grabstein dahinter. Gut, also er würde den Karren lenken. Können wir den jetzt... Ah, wir können ihn anschieben. Ich hab's, Frederik. Du sagtest doch, dass du ihn steuern kannst, nicht wahr? Jep. Mit der alten Kiste müsste ich umgehen können. Prima. Du steuerst und ich schiebe. Da wir weit genug oben auf dem Hügel sind, müsstest du genug Schwung bekommen, um den Wagen direkt durch den Friedhof und bis zu Madame Strigoys Lager zu fahren. Genial. Wer sagt denn, dass Opernsänger blöd wie Bohnenstroh sind? Bohnenstroh hat hier absolut nichts voraus. Danke, Frederik. Also, bist du bereit? Ich wurde bereit geboren. Obwohl ich, ehrlich gesagt, ganz, ganz leichte Bedenken habe. Du wirst deine Sache prima machen. Sei nur bitte vorsichtig. Es ist gut zu wissen, dass du dir Sorgen machst. Mit den Kartons voll Graberde. Och, und ich dachte schon, du wärst um mein Wohlergehen besorgt. Sei doch nicht so ein Hasenfuß. Wenn es haarig wird, fliegst du einfach los. Natürlich wäre das mein Todesurteil. Also, lass dich nur nicht unter Druck setzen. Oh, wie gemein. Okay. Auf geht's, Freunde. Fertig? Und los! Jippie! Das scheint wirklich ein Bug zu sein. Ich verstehe es nicht. Warum die Videosequenzen immer und immer wieder abgespielt werden wollen. Ja, nun gut. Schraudi wurde jetzt volle Kanüle aus dem Weg gekegelt. Und ich würde sagen, das ist schon ein Strike. Also, wir hätten jetzt definitiv beim Bohlen oder auch beim Kegeln gewonnen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben den Karren. Wir haben unseren Sarg. Jetzt brauchen wir nur noch das Pferd. Und für das Pferd brauchen wir den Schlüssel. Ja, das ist immer noch der Kessel mit dem Eintopf. Okay. So. Und jetzt gilt's, den Schlüssel zu finden. Und jetzt schön suchen. Nach einem Hotspot. Kaputtes Fenster. Haben wir hier noch irgendwas? Das Rad. Das wollte sie aber nicht mitnehmen. Das Regenfass hatten wir auch schon untersucht. Das Ladenschild. Warte mal. Brunnen. Sprich mit Brunnen. Ja, schön. Guten Abend, guter Brunnen. Hast du den Schlüssel gesehen? Hallo. Ist da unten jemand? Wenn, dann kann er ganz bestimmt nicht mehr antworten. Ach so. Ja, wegen ertrunken und so. Hahaha. Ähm. Reingucken hatten wir, glaube ich, schon, oder? Scheint ein Brunnen zu sein. Gut, das ist jetzt nicht die wissenschaftlichste Erkenntnis. Trinken auch blöd. Ah, reinfliegen. Ich pack der Übermut. Ich werde mal in den Brunnen fliegen und mich umschauen. Mach das. Ich stehe derweil schmiere und halte nach Brunnenkontrolleuren Ausschau. Hast du Angst? Nein. Ich bin nur besorgt, dass das Erkunden fremder Orte mich schreckhaft, übernervös und panisch reagieren lässt. Aber ängstlich? Niemals. Schön. Das sage ich auch irgendwann mal, wenn jemand sagt, ich wäre ängstlich. Oh. Ah ja. Kuroi was hier. Wer auch immer das ist. Kilroy war hier. Was mag das bedeuten? Keine Ahnung. Aber wer auch immer das geschrieben hat, mag Roy überhaupt nicht. Kilroy. Hm. Das wird da wohl sein. Oh, der arme Kerl. Er ist in den Brunnen gefallen und nicht wieder herausgekommen. Wie traurig, Frederik. Er ist ganz allein in der Kälte gestorben. Und nackt wie Gott ihn erschaffen hat. Es ist ein Skelett. Ach Mensch, Frederik. Manchmal, manchmal ein leerer Eimer. Ein alter eiskalter Eimer. Ist ein Loch im Eimer, lieber Heinrich? Nein, ich sehe kein Loch. Und nenn mich nicht Heinrich. Ach Mensch, das Lied kenne ich noch. Das haben wir immer im Kindergarten gesungen. Wenn der Topf aber nun ein Loch hat, lieber Heinrich. Lieber Heinrich. Hm. Ein Eimer könnte uns noch nützlich sein. Er kommt auf meine geistige Merkliste. Lieber Heinrich, was dann? Und es ging eigentlich immer darum, der Heinrich zu sein. Weil sein letzter Satz ist ja, lass es sein. Dumme Dumme Lise, Dumme Lise, Dumme Lise. Nanananana, dumme Lise, lass es sein. Und niemand wollte ja im Kindergarten die Dumme Lise sein. Also war auch ich immer tunlichst darauf bedacht, den Heinrich zu singen. Wenn überhaupt. Ah, die Armen. Hm, was mag da drin sein? Steck doch mal die Hand rein, dann bist du schlauer. Vielleicht sollte ich dich hineinstecken, dann bin ich schlauer. Vielleicht sollte ich die Klappe halten. Nein, das probieren wir jetzt aus. Ich will wissen, was da drin ist. Damit kann ich Frau Doric nicht benutzen. Oh, na gut, dann halt da doch dein Händchen rein. Da stecke ich die Hand nicht hinein. Sie könnte gebissen, zerkratzt oder sonst etwas werden. Mädel, du bist schon ein Vampir. Viel schlimmer kann es nicht werden. Es sei denn, da hat irgendeiner Knoblauch, Silber, Kreuz, Weißdorn, Weibasser eingesteckt. Okay, also dir könnte schon noch ein bisschen was passieren. Nun gut. Ach, hier. Schön. Ich vergnüge mich hier die ganze Zeit. Der gefrorene Schlüssel. Ein gefrorener Schlüssel. Das ist bestimmt der, den Frau Martinelli sucht. Den sollten wir uns greifen und ihr bringen. Ähm, da wäre nur ein kleines Problem. Er ist im Eis eingefroren. Wir kommen absolut nicht ran, falls du nicht zufällig den Hitzeblick hast. Oh, habe ich den? Ist das eine meiner besonderen Vampirkräfte? Hängt davon ab. Du stammst nicht zufällig von Krypton, oder? Nein, ich stamme aus Paris. Also kein Hitzeblick. Aber dafür hast du die Gabe zu, Touristen unglaublich unhöflich zu sein. Tö, 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 tö. Schön. Gut. Der Eintopf von Madame Strigoi. Wir haben den Eimer. Wir haben einen heißen Eintopf. Und wir brauchen einen besagten Eintopf. Und damit können wir wahrscheinlich nicht nur den Schlüssel aus dem Eis schmelzen, sondern wahrscheinlich auch den Schlüssel gleich wegätzen. Weswegen wir dann mit Madame Strigois Eintopf die Tür aufätzen müssen. Doch ja, das klingt sehr logisch und sehr wahrscheinlich. So werden wir das Rätsel lösen. So, ich hoffe, wir dürfen das jetzt überhaupt nehmen. Na schön. Das war's. Keine Widerrede. Kein Igitt. Und was für ein ekliger Eintopf. Das wird einfach... Einfach so hingenommen. Oh. Gottes Willen. Mensch, Mona macht ja eine richtige Charakterentwicklung durch. Ich bin ja begeistert. Ich frage mich dann erst, wie das im zweiten Spiel geworden wäre. Ich meine... Wäre sie dann der richtig böse Vampir? Oder würde sie sich weiterentwickeln in der Hinsicht? Zumindest ist sie nicht mehr so etepetete wie am Anfang. Es fühlt sich jetzt auch schon so urstlang an, dass wir mit Mona und Frederik unterwegs sind. Hm. Nun gut, ähm... Eimer mit heißem Eintopf. Ach, sie muss es jetzt erst wiederholen. Wir sind einmal gleich mitgenommen. Hätten wir gleich den Eintopf einsacken können. Und dann... Na, egal. Ja. Um Gottes Willen. Wenn die so weitermacht, ist der Eintopf wieder gefroren, bevor wir da sind. So, jetzt müsstest du freischmelzen. Oh, das ist wohl... Eingefroren? Ehrlich? Der Plan war aber gut. Merde. Jetzt haben wir hier auch nur einen gefrorenen Eintopf. Den können wir doch wieder mitnehmen. Falls Frau Madame Strigoi einen Gefrierschrank hat. Dann hat sie mal später was. Wenn sie mal alleine ist und was zu essen braucht. Dann braucht sie halt nur die passende Mikrowelle dazu, um den Kram hier wieder aufzutauen. Okay. Eimer. Warte mal. Satteldecke. Na, vielleicht hält die Satteldecke den Eintopf diesmal warm. Wir probieren es zumindest. Schön. Auskippen. Plumps, ist der Klumpen draußen. Oh, das ist so eine schöne Situationskomik. Da könnte ich mich so drüber freuen. Ach Mensch, wenn es doch im realen Leben manchmal auch so passen würde. Klingt. Will auch gut beim Wasserkocher sein. Weißt du, hast du gerade deinen Wasserkocher aufgesetzt. Das blubbert schön vor sich hin. Und in dem Moment, wo du halt dir den Tee aufgießen willst. Ja. Ups. Schon wieder falsch gelaufen. Sorry. Ach ja, er liegt immer noch da. Schön zu wissen. Oh, der arme Kerl. Ich hoffe, der erfriert hier nicht. Dann ist der nämlich wirklich tot. Oh, und sein Kollege, der Crane, der liegt ja auch noch in der dunklen Gasse. Angeknabbert. Nur Mr. Stalker liegt halt warm in der guten Stube. Oh, ich hoffe, wir haben die zwei Polizisten jetzt nicht auf dem Gewissen. Langfristig gesehen zumindest. Ist da jetzt schon der Eintopf drin? Ach so, isolierter. Okay. Wir gehen weiter von A nach B. Wir gehen weiter von A nach B. Und dann holen wir uns den Schlüssel. Und das beschert uns den Gaul. Tralali, tralali, lalala. So. Jetzt aber. Mit Karacho und Schmackes. Hinein. Ach so, jetzt hüpfen wir wieder von A nach B. Nun gut. Ich hoffe, sie löffelt, wenn es ein bisschen schneller... Ach so, wir müssen ja erst die Satteldecke holen. Gut. Das war jetzt gerade ein bisschen gruselig. Verdammt, ich hätte verhext sagen müssen. Witzig. Die Sequenz hat er jetzt nicht versucht, zweimal abzuspielen. Auch wenn es nur eine sehr kurze war. Ich weiß auch nicht, es könnte auch ein Aufnahmeprogramm liegen. Dass die Sequenzen halt immer doppelt abgespielt werden. Hm. So, jetzt müsstest du freischmelzen. Das sieht nicht gut aus. Hurra, es funktioniert! Ja, wer greift da jetzt rein? Oh nein, ich mache mir die Finger nicht schmutzig. Hilfst du mir, Fröderic? Ich nehme alles zurück. Sie ist volle Kanüle noch etepetete. Wir haben den Schlüssel. Genial, wir können jetzt die Dame aus New Jersey freie Schlüsse... Schlüsseln! Aufschließen! Befreien! Und dann haben wir den Gaul. Und dann müssten wir es doch eigentlich schon haben, oder? Dann ist es Zeit, nach Paris zu reisen. Oder brauchen wir wirklich noch den dusseligen Diener? So. Kleinen Moment, gute Frau, Sie sind jeden Minute frei. Jeden, jeden Minute, oh Gott. Hallo? Wie sie läuft. Oh, schön. Na los, Buttercup. Das hier ist... Wie war nochmal der Name? Mona de Lafitte von den Pariser Lafitte. Opernsängerin und Absolventin des höheren Kunststudiums. Schon klar. Jedenfalls, das hier ist Mona. Du gehörst jetzt ihr. Cool. Hör auf, rumzuzicken, sonst verkaufe ich dich an die Leimfabrik. Merci. Ah, schön. Oh, Sequenz. Na los, findet das Ding endlich. Warum dauert das denn so lange? Habt die Kabale etwa die dämmlichsten Vampirjäger der Menschheitsgeschichte losgeschickt? Nun findet es schon! Nein, nein, du voll Idioter, hast du doch schon nachgeguckt. Monsignore, wir haben da schon nachgedeckt. Schon zweimal. Ach, halt die Klappe, du wandelnde Nachgeburt. Ich weiß, was ich tue. Ich bin einfach nur besonders gründlich. Normales Verfahren des Geheimen. Was redet der, normales Verfahren, normales Verfahren, normales Verfahren, mein... Ach, es ist einfach so frustrierend. Es reicht, es hilft nichts. Ich werde den Fluch einfach brechen müssen und da reingehen, denn... Welche Wesen maßen es sich an, Madame Strigoy herauszufordern? Was sagst du dazu, Fröderick? Wir haben's geschafft. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja, wer hätte das gedacht? Wir sind ein ziemlich cooles Team, wenn ich das mal so sagen darf. High five! High five, was? Man hält die Hand, etwa so, und schlägt die des anderen ab. Wieso? Oh oh. Madame Strigoy, wir haben Sie schreien gehört. Ah, da seid ihr ja endlich. Nein, alles Gutes. Es ist nur so, dass ich ab und an einfach mal losschreie. Dann weiß ich, dass ich noch am Leben bin. Okay. Also, ich weiß nicht. Ach, Papperlapapp. Wir haben es geschafft. Wir haben alles, um an Bord gehen zu können. Ich wollte mich für all Ihre Hilfe bedanken. Nein, nicht nötig. Aber ich möchte, dass... Nein, ich meine, das ist jetzt nicht der richtige Augenblick. Doktor Riga Mortus, ein brillanter Arzt und alter Freund, hat mir mitgeteilt, er könne dich heilen von deinem Dach sein als Vampir. Aber er muss es heute Nacht tun, während die Sterne exakt ausgerichtet sind. Hä? Ausgerichtete Sterne? Was ist das für ein Blödsinn? Ich meine... Sei still. Wirklich? Wo denn? Und wie? Los geht jetzt, sonst kommt ihr noch zu spät. Hört zu, ihr müsst zu seinem Labor. Es befindet sich in der Windmühle, die gleich hinter dem Damm ist. Folgt einfach der Straße bis zur Schlucht am Ende des Sees. Glaubt mir. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Tja, okay. Wenn er Ihr Freund ist. Ja, ja, ein alter Freund, ein alter Pokerkumpel. Und jetzt Trusch, genug geplaudert, schnell. Auf Wiedersehen. Au revoir. Oh nein. Alles Gute. Bis bald. Ich wusste es. Nein. Das ist eine Falle. Ja, ja. Fahrt nur zu meinem alten Freund, Dr. Riga Mortus. Er wird wissen, was er dir antun muss. Und dann werde ich, Schraudi von Kiefer, Deine einzige Hoffnung auf Rettung sein. Dann wirst du froh sein, dich zu sehen. Du wirst den alten Schraudi auf einmal zu schätzen wissen. Glaub mir. Nein. Nein. Was? Wie jetzt etwas? Das ist jetzt gemein. Das ist kein Ende. Das ist ein Cliffhanger. Ach nein. Ach Mensch, Leute. Ich will wissen, wie das ausgeht. Ich meine, das ist jetzt schon gemein. Jetzt hat der Schraudi einfach die Madame Strigoy da, da, äh, ja, was soll ich sagen, besessen und hat uns jetzt zu irgendeinem verrückten Arzt geschickt. Ein Dr. Frankenstein-Verschnitt. Der arbeitet zumindest mit Elektrizität, so wie es aussah. Und ich will wissen, was da passiert. Ich will wissen, wie uns Schraudi rettet. Ich will, ich will wissen, wie es weitergeht. Mann. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das so unfair endet. Ach, Mensch. Mann, oh. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind. Ich finde es unfair, wirklich. Ach, Mann. Ich schmolle. Das geht gar nicht. Ja, hier. Der Produktionsdesign. Bill Tillers nützt mir auch nichts. Ich weiß nicht, wie die Geschichte weitergeht. Hier Animationen. David Lenken, Thompson Bryan, Jeff Cooperman und Sean Burns. Und die Modelle hier, die 2D-Kunst und Leute, das ist so unfair, Mensch. Umso mehr unfair ist es. Oh Gott. Die gute Mona hat ein ganz schönes Stümpchen. Naja. Das ist der zweite Teil. Wurde ja nie veröffentlicht. Beziehungsweise wurde schon in der Mache. Ach. Warte, wo ist Schraudi? Wo ist Schraudi? Oder war der schon? Habe ich jetzt Schraudi verpasst? Madame Strigoy. Ja, die Jungfrau. Ach, hier. Brian Sommer als Ballkuh, Schraudi von Kiefer und Schraudi Geist. Sehr schön. Da wissen wir ja auch, wer Schraudi gesprochen hat. Sehr schön. Ja. Mein Problem ist, es gibt keinen zweiten Teil. Es gibt nichts, was wir weiterspielen können. Wir wissen nicht, wie es mit Mona und Schraudi und wo Raideric ausgeht. Ach, Manno. Ach ja, wenigstens sehen wir unsere gute Mona hier mal. Sie tanzten ein bisschen vor sich hin. Klasse. Ach, hier haben wir die... Ah, die Deutschen. Hennes Bender. Ich wusste es. Irgendwie, die Stimme kam mir bekannt vor. Ach, schön. Hennes Bender. Ja, das gefällt mir. Hat er auch schon in ein paar anderen Hörspielen mitgesprochen. Ist aber halt am meisten durch... durch seine Auftritte bekannt halt als Comedian, Stand-up-Comedian und so weiter und so fort. Gefällt mir. Hennes Bender als Schraudi. Schön. Was macht man jetzt? Ich meine, wir können jetzt Fan-Fictions darüber schreiben, wie es weitergeht, aber... Meine Güte. Kann man die lieben Leutchen nicht mal anschreiben? Aber das ist immer so schade, weißt du? Das Spiel hat wirklich Potenzial. Auch wenn ich zugeben muss, der Anfang ist ein bisschen frustrierend. Auch dann ein bisschen mit dem Rumlaufen und so weiter und so fort. Aber gerade an Witz und Rumor hat das... Ron Gilbert war mit dabei. Oder ist das jetzt hier für besonderen Dank? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Aber ich habe Ron Gilbert gelesen. Der auch mit bei den Monkey Island-Spielen dabei war. Ja, die werden zurück sein in The Vampire Story 2. Aber dieses Spiel ist nie erschienen. Wir sind quasi hier zehn Jahre später. Wir wissen... Oh, der Arme. Bink-Video. Tja, Freunde. Das war's. Das war... A Vampire Story. Mit Mona Delafitte und unserem Fledermäuschen Frederic Fraudy von Kiefer. Ja. Ich muss sagen, das Spiel hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also quasi die letzte Hälfte, wo man dann wirklich aus dem Schloss raus war, muss ich sagen, hat mir am meisten Spaß gemacht. Der Humor hat da sehr angezogen. Ähm... Ja, also wie gesagt, das mit dem Schloss, mit dem Ausbrechen, klar, es ist nun mal ein Hauptelement, dass man überhaupt aus dem Schloss rauskommt. Aber es war mir ein bisschen zu langatmig. Und... Ja, gut. Aber danach, wie gesagt, der Humor hat stark angezogen. Auch die Charaktere haben mir sehr viel Spaß gemacht. Mona teilweise etwas nervig, aber Frederic oder wie auch immer wir ihn nennen wollen, macht das aber doppelt und dreifach wieder wett. Ich habe ja auch schon bei Gelegenheit in den Kommentaren mit euch darüber diskutiert, dass er halt für mich sogar eine Steigerung zu Harvey ist. Ganz einfach, weil er nicht nur auf Randale steht, sondern halt auch den ein oder anderen schönen schmutzigen Witz erzählt. Und das macht ihn so als Charakter für mich rundum... Ja, sympathisch. Und aus dem Grund, wie gesagt, ganz großer Fan von Frederic. Tja. Und Schraudi von Kiefer, der ist mir einfach sympathisch. Wie gesagt, Hannes Bender, wissen wir jetzt, hat ihn gesprochen. Und dahingehend war das Ganze auch irgendwo recht sympathisch. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel nochmal in Englisch spiele. Einfach mit den Originalstimmen. Ich glaube, dass sehr viele Witze auch verloren gegangen sind durch die deutsche Übersetzung. Aber das kann man jetzt nicht den Übersetzern oder den Sprechern vorwerfen. Um Gottes Willen, die haben Bombenarbeit geleistet. Also ich muss sagen, quasi, also die... Ach, Gottes Willen. Die... Jetzt weiß ich nicht, wie sie heißt. Ich glaube... Ach, wurscht. Jetzt fällt sie mir nicht ein. Die Sprecherin von der Mona hat auch mal in einem Dracula-Hörspiel die Mina gesprochen. Und das mit dem französischen Akzent hat sie hier wunderbar gemeistert. Also ich bin sehr... Céline Fontage heißt sie, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht... Irre. Aber ich irre mich, glaube ich, ziemlich stark. Also in 9 von 10 Fällen. Ähm, ja, wie gesagt, Sprecher, Bombenarbeit, Rätsel teilweise ein bisschen bekloppt, muss ich sagen. Aber ganz im Ernst, das bin ich ja gewohnt. Ich meine, wenn man hier auch die Ankreihe mal gespielt hat, da sind die Rätsel auch nicht besser. Der Humor wunderbar in Ordnung. Und ich meine, es geht um Vampire. Dahingehend hat das Spiel sowieso schon gewonnen. Und das Wirtbuilding funktioniert. Das Spiel nimmt sich nicht allzu ernst. Und deswegen funktioniert es auch so, wie es aufgebaut ist. Also definitive, definitive Spielempfehlung. Auch wenn es, wie gesagt, am Anfang etwas frustrierend ist. Und ich glaube aber auch für diese Art von Spielen, Lenn, musst du grundsätzlich die Komplettlösung irgendwo im Anschlag haben. Weil, ich meine, wenn du privat für dich spielst, ist das wahrscheinlich immer noch mal was anderes. Dann kannst du halt einfach sagen, okay, jetzt mache ich das mal aus. Und dann spiele ich halt irgendwann in der Woche wieder weiter. Und dann hast du auch wieder ganz neue Anregungen. Aber in einem Let's Play ist halt ungünstig, wenn ich dann einfach mal so ein halbes Jahr warte, bis dann die nächste Folge kommt. Und dementsprechend muss ich sagen, ich fand es auch ganz angenehm. Ich habe mich versucht, so wenig wie möglich zu spoilern. Also, dass jetzt auch hier das Ende da war, das hat mich wirklich überrascht. Ich hatte eigentlich nur noch geschaut, wie der Schlüssel zu finden ist. In der Hütte habt ihr ja gemerkt, da habe ich selber festgesteckt. Das war dann eher so Try-and-Error-Prinzip. Aber ich muss sagen, im Endeffekt, es hat mir trotzdem mega viel Spaß gemacht. Und nur weil man weiß, wie man bestimmte Sachen löst, heißt das ja noch lange nicht, dass man weiß, wie die Story vorangeht. Und dahingehend, das Spiel hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, dass ich euch ein bisschen damit unterhalten konnte. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was als nächstes kommt. Auf jeden Fall werden wir dann erstmal das Pokémon-Let's Play wieder aufnehmen. Das wird jetzt gleich im Anschluss weitergehen zu A Vampire Story. Und ja, dann werden wir mal schauen, mit was wir weiterspielen. Also, wenn ich irgendwo noch ein Vampir-Spiel finde, außer, ich sollte vielleicht mal ein paar Worte dazu verlieren, ist eigentlich ein bisschen blöd, jetzt hinter dem Projekt oder nach dem Projekt darüber zu reden, dass das Spiel, was wir angefangen haben, dieses, ähm, Gott, ich weiß gar nicht hier, dieses, äh, Outbreak, dieses, äh, hier, was wir angefangen haben, wo zwei Episoden bisher erschienen sind, dieses Wimmelbild-Spiel, das ist verflucht Buggy. Also, wir schmiert regelmäßig das Spiel ab während der Aufnahme, weswegen es da auch nicht weitergehen wird. Ich werde auch in die Playlist dann reinsetzen, dass das offiziell abgebrochen ist. Und so spannend war's ja jetzt nicht. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn ich noch irgendwo ein gescheites Vampir-Spiel finde, werden wir das definitiv auch noch spielen. Falls ihr noch Vampir-Spiele kennt, die ihr gerne mal Let's Played haben wollt, haut's mir hier in die Kommentare mit rein. Ähm, allerdings kann ich schon dazu sagen, äh, Vampire Masquerade Bloodlines werden wir früher oder später nochmal in Angriff nehmen, aber in der nächsten Zeit erst mal nicht. Äh, was ich unbedingt gerne mal spielen würde, wäre, ähm, Vampire The Masquerade Redemption kriege ich aber leider unter Windows 7 nicht mehr zum Laufen. Und ich habe schon in sämtlichen Foren nachgeschaut, ich habe schon sämtliche Modi ausprobiert, also quasi XP. Okay, es geht dahin, Kind, ich kann das Spiel installieren, aber es startet einfach nicht. Ähm, ist sehr schade und ich ärgere mich richtig drüber, weil ich das Spiel schon mal vor Urzeiten angefangen habe. Äh, quasi. Ich glaube, das waren so eines mit der ersten Spiele, die ich auf diesem Kanal gespielt habe. Und ich weiß gar nicht, dann habe ich die Folgen wieder runtergenommen und ich weiß gar nicht, warum ich das Spiel dann nicht weiter Let's Played habe. Ich vermute wegen mangelnden Interesse. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen, das ist ja mittlerweile auch schon Jahre her. Äh, und wenn man bedenkt, wie lange ich das eigentlich mache. Ich, ursprünglich habe ich den Kanal ja 2010 erstellt und ich glaube 2012. Vor sechs Jahren muss man sich überlegen, im Juli, glaube ich, 2012 kam dann die erste Folge von Zauberer und Prinzessin, die ich da hochgeladen habe. Also, ist schon eine ganz schöne Zeit. Und irgendwo danach, ich glaube 2013, habe ich da damals das Spiel angefangen. Das würde ich auf jeden Fall sehr gerne auf meinem Kanal sehen. Habe ich sehr gerne gespielt, ähm, weil ich auch die Story ziemlich gut finde für einen Vampirsch... Also, ihr kennt mich ja, Vampir- und Liebesgeschichten finde ich an sich eigentlich immer grundsätzlich kacke, es sei denn, es ist gut gemacht. Vampires Masquerade Redemption kriegt es richtig gut hin, halt doch irgendwo diesen Aspekt der Liebe mit in diese Vampirwelt zu integrieren. Und es passt halt auch in dieses Worldbuilding mit rein. Weil halt Vampire nicht so als die emotionalen, äh, Holzklötze dargestellt werden, wie halt irgendwo anders. Aber wie gesagt, das Gesamtbild muss dann passen. Ähm, ja, die Dracula-Reihe von MyCrites haben wir ja schon durch. Da stünde höchstens noch das Let's Play zu Dracula 3 aus, also quasi die Vollversion. Die habe ich auch hier. Allerdings, da werde ich definitiv mit der Komplettlösung arbeiten, weil die Rätser ja so schweineschwer sind. Ähm, aber müssen wir mal schauen. Und ich weiß gar nicht, ob es dann noch ein Vampir-Spiel gibt. Wenn nicht, müssten wir dann langsam mal das Genre wechseln. Ich weiß nicht, so zu Geisterjäger oder sowas. Oder zu Werbwölfen. Dann haben wir ja bald alles abgegrast. Ich meine, wir könnten noch, äh, Vampire's Dawn könnten wir weiterspielen. Ach, äh, im Übrigen, da fällt mir was ein. Ähm, ich habe meinen Spielstand zu Vampire's Dawn versemmelt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ähm, aber mir fehlt der Spielstand, wo wir weitermachen können. Und ich war, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war ich vom Speicherstand her dort, wo wir gerade bei den Kindern der Apokalypse waren und dann den Turm aufsuchen konnten von Abraxas. Und das war dann genau, das war dann auch der Punkt, wo ich dann gestoppt habe, weil Abraxas-Turm ist so scheiße anstrengend und wirklich nervenzehrend. Falls jemand von euch da noch einen Speicherstand irgendwo auf dem PC rumfliegen hat, würde ich mich richtig freuen, wenn ihr mir den mal zukommen lassen würdet. Ähm, ist egal, wenn die Level jetzt von Elaine und so weiter nicht übereinstimmen. Ich glaube, ich hatte ohnehin gecheatet, dass die auf, ähm, äh, Level 50 sind und die Attacken hatte ich mir sowieso irgendwann mal im Offplay geholt. Also ist vollkommen wurscht. Äh, es geht nur noch darum, dass wir die Story zu Ende bringen können von Vampire's Dawn. Dann könnte man natürlich auch Vampire's Dawn 2 spielen, was auch sehr langatmig werden würde. Ähm, müsste man dann auch schauen, ob man es auf leicht, mittel oder schwer spielt. Und, unterwegs in Düsterburg haben wir auch schon abgefrühstückt. Also wie gesagt, wenn ihr noch ein gutes Vampir-Spiel kennt und, Achtung, ein kleines Kriterium muss ich da jetzt noch mit einbringen. Und zwar, ich kriege hin und wieder, äh, Spielevorschläge von aktuellen Sachen. Also die auch sehr grafiktechnisch sehr aufwendig sind. Äh, ihr bekommt das teilweise in meinen Let's Plays ja schon mit, dass das Spiel an manchen Stellen ruckelt. Mein Rechner, sag ich mal, ist ganz okay, ist aber nicht auf solche grafisch aufwendigen Spiele geeignet. Das kriege ich nicht hin. Also zum Beispiel solche Geschichten wie Assassin's Creed oder L.A. Noire, man musste schon feststellen, das ist einfach nur laggedy-lag-lag. Also das nützt niemandem was. Also das Let's Plays macht keinen Spaß, weil allein schon das Spielen läuft nicht flüssig. Da könnt ihr euch vorstellen, wenn da auch noch das Aufnahmeprogramm mitläuft, das wird vorne und hinten nix. Also sag ich mal so, ältere Spiele oder Point-and-Click-Adventure gehen eigentlich grundsätzlich immer. Und ja, dann seid ihr jetzt gefragt, wenn noch irgendwelche Vampir-Spiele, Ideen in euren Köpfen rumwurschteln, einfach in die Kommentare hauen. Dann können wir mal schauen, wie wir das wie, wo, wann umsetzen. Bis dahin bedanke ich mich erst einmal für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön auch für das Zu-Ende-Schauen, das Let's Plays. Und wir sehen uns dann unter dem nächsten Projekt. Und ich wünsche euch noch einen traumhaft schönen Tag. Bis bald, eure Moondi.